10 Jahre da drin, die ändern nicht mehr, ne? Die Mama mag fertig mit dir sein und der Start vielleicht genauso. Bei mir bist du unten dort. Geht's dir mit der Jobsuche? Vielleicht hab ich da was auf, in der Aussicht aber. Die Scheißgräte funktionieren nicht. Ja, aber es funktioniert nicht. Die Scheißmikro. Sie können es sich gerne anschauen. Hast du früher auch schon mal gerettet? Ich war auch mal im Nordwesten. Aber solltest du mir mit ganz zu Ende? Was willst du denn von ihm? Ich will keine Scheiße bauen. Ich will nur arbeiten. Mehr will ich nicht. Wieso spielst du mit meinem Geld, du Missgeburt? Wie willst du das zahlen bis nächste Woche? Nein, dann sag mir, was los ist. Es läuft alles so scheiße. Ja, dann schau mal an. Wüsste ich ja nicht. Es braucht 3.000 Euro, muss ich mal über 20. Es braucht so viel Geld, was es mag. Was ist das ist, Alter? Und ich will nicht, dass er so geht wie ich. 0u02, ich will nicht mehr mehr Geld mehr. Ich will nicht mehr Geld. Ich will nicht mehr Geld mit mir abholen. Ich will nicht mehr Geld, was ich mir.